Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ni no Kuni. So, bevor ich jetzt diese Aufnahmen hier gestartet habe, bin ich jetzt hier 10 Minuten rumgelaufen und hab versucht diese Fledermäuse hier zu bekommen. Und ich hab's endlich geschafft, die halten sich überwiegend in den Wäldern auf. Und das ist gar nicht so leicht, weil die sind nämlich ein bisschen schneller als wir. Ähm, ich bin froh, dass ich die jetzt bekommen habe. So, und jetzt ist mir gerade was eingefallen, denn ich musste die, glaube ich, erst erblinden lassen, bevor ich die fangen kann, nicht wahr? Also ich muss die ja nicht fangen, sondern ich brauch ja dieses Item von denen, dessen ich nicht mehr weiß, welches das war. Aber das finden wir ja bald heraus. Also das ist ja wohl das kleinste Problem. Ähm, denn die letzte Folge, die hab ich letzte Woche aufgenommen. Irgendeine Peitsche oder so war das, oder? Da, auf jeden Fall haben wir drei Stück von denen gebraucht und ich hab bisher nur eine. So, jetzt muss ich gucken. Wer war das nochmal? Ah, ich bin jetzt wieder total unvorbereitet. Ähm, wer konnte hier jemanden erblinden lassen? Ich meine, du, Felix. Felix konnte das. So, düstere Wolke. Bitte schön. So, und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Es hat funktioniert. So, düstere Wolke. Was ist los, Felix? Beweg dich doch. Was... Och, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oder willst du mich auf den Arm nehmen? So, Moment. Wichtel, rein. Was macht der denn jetzt? Willst du mich verarschen? Oh, nein, 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 nein. Jetzt lasst mich in Ruhe, bevor ich hier komplett ausflippe. Hier, mach den erstmal kaputt. So, mach den kaputt. Sehr schön. Der ist raus. So, und jetzt muss ich... Ist Felix. Kann ich den jetzt wieder bewegen? Sehr schön. Okay. So, und dann machen wir das mit der düsteren Wolke bitte noch einmal. Boah, ich hab hier nämlich keinen Bock. Hat nicht funktioniert, ne? Er ist nicht blind. Ich hab nämlich keinen Bock, nochmal diese Fledermaus dahinter her zu jagen. Düstere Wolke, komm schon. Ne, 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 Felix. Das darf nicht wahr sein. Ist er wenigstens erblindet? Na toll. Kaputt ist er. Ähm. Nein, 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 nicht die Rauchbombe. Oh, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Ja, ich hab das bei den anderen so eingestellt, dass die gar nicht angreifen. Lavi, da musst du ran. Ja, Gott sei Dank hab ich das so eingestellt. Die hätten den nämlich jetzt erledigt. Komm, teile noch ein bisschen aus. Na, komm schon. Oh, bitte lass es funktioniert haben. Bitte ist er erblindet und ist dann gestorben. So. Ja. 148 golden. Die Narrenbritsche ist es gewesen und ich hab nur eine. Verdammt. Jetzt kann ich hier noch eine Fledermaus hinterherjagen. Oh, da hab ich da total Bock drauf. Oh, Mann. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Verdammt. Oh, das hätte so schön sein können. Mist. Okay. Gut. Ähm. Ich erzähl euch mal noch kurz, was passiert ist, als ich hier ohne euch unterwegs gewesen bin. Und zwar... Ähm. Das ist die falsche Taste. Das ist die falsche Taste. So. Rex hat Stufe 29 erreicht. Rauna hat Stufe 30 erreicht. Und der gute Luffy hat Stufe 32 erreicht. Ich hab auch noch... Moment. Wo sehe ich das? Nicht hier. Ähm. Moment. Hier sehe ich das. Ich habe hier noch den Kratzfratz beziezt. Ähm. Das eigentlich unnötig gewesen ist, denn den haben wir bereits. Der befindet sich nur im Dings. Den haben wir abgegeben, ne? Jetzt fällt es mir doch nicht ein. Oh. Das fängt hier schon wieder richtig gut an. Ich bin gerade echt sauer, weil mir das nicht gelungen ist. Ich hätte gerne alle beide erledigt. Im Blindzustand erledigt, ja. Ähm. Da hinten ist noch eine Fledermaus. Ich brech ab. Ich brech ab. Da hinten ist eine. Ja. Mach dich vom Acker. Ich hab keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Mach, dass du verschwindest. Da hinten ist er. Im Wald. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass der mich nicht sieht. Ich sehe den halt nicht. Das ist jetzt gerade... Das Blöde. Ich sehe ihn nicht. Er könnte jetzt eigentlich nur auf die andere Seite abhauen. Aber wie gesagt, er ist halt übelst schnell. Da hinten läuft er. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Geh woanders hin. Ja. Genau. Geh in den Wald. So. Und den schnappen wir uns jetzt von... Komm bitte. Nein. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Es ist aber nur einer dieses Mal. Okay. Hoffentlich gelingt mir das. So. Oh. Oh. Das hier ist echt glück. Du siehst rivell. Willst du mich auf den Arm nehmen jetzt? Ach. Was ist das für ein Mist. Ey. So. Aufpassen. Moment. Wo habe ich hier MP? Eiscafé 10. Reicht das? Hier. Oh. Du gehst mir aber auch auf den Sack mit deiner scheiß Rauchbombe. Ja. Ja. Echt jetzt? Oh. Oh. Ich. Wo ist mein Eiscafé? Ich wollte schon sagen. Ich flipp hier komplett aus. Lass den in Ruhe. So. Esther. Esther. So. Nein. Den holen wir wieder rein. Den holen wir wieder rein. Düstere Wolke. Bitte. 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 Erblinde. Er ist nicht erblindet. Was kostet denn die düstere Wolke? 13. Ah. Das ist doch alles ein schlechter Scherz. Nein. 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 Nicht allgemeiner Angriff. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich möchte hier einfach nur raus. Nein. Nicht angreifen. Allgemeine Abwehr. Ihr greift niemanden an. Ähm. Okay. Ich probiere das jetzt nochmal. So. Was haben wir hier? 100 Lebenspunkte. 200 Lebenspunkte. Habe ich doch keine MP. Oh. Das ist doch jetzt echt ein scheiß Scherz jetzt. Ja. Dann leck mich am Arsch. Dann nehme ich jetzt einfach das hier. Ist mir egal. So. Und jetzt passiert mir das wahrscheinlich wieder wie eben. Ey. Du nervst. Du nervst so richtig. So. Moment. Ich hoffe, dass mir das jetzt gelingt. So. Düstere Wolke. Wo ist der? Hallo? Ah. Hier. Ich habe den nicht gesehen. Ne. Der ist weg. Ich kriege da nur eine Chance. Oh. Das regt mich auf. Komm. Greif du den an. Oliver. Ja. Nein. Nicht du. Nicht du angreifen. Du nicht. Du schickst ihn. Er greift an. Hier geht man nämlich auch gerade richtig auf den Sack. Oh Mann. Wie mich das jetzt aufregt. Nur wegen dieser scheiß MP noch. Weil die mir gefehlt hat. Ich mach den fertig. Ah. Gut. Ich nehme euch einfach gleich nochmal mit hinzu. Bis mir nochmal so eine blöde Fledermaus begegnet. Okay. Immerhin. So. Wenn er nicht so viel austeilen würde. Oder wenn es mir dann gelingen würde wenigstens, dass er erblindet. Und schon wieder ist es mir nicht gelungen. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Jetzt wird er es hier von mir wissen. Dauert auch wieder so lange, bis das kommt. So. Ist er da jetzt wenigstens noch erblindet, bevor er sich verabschiedet hat? Oder scheint nicht der Fall zu sein. Was machst du denn da? Ja. Ich weiß. Ich bin schuld. Weil ich immer davon ausgehe, weil er gerade Wichtel draußen hat. Und ich dann zu ihm rüber wechsle, dass ich dann automatisch weiterhin Wichtel steuere. Aber dem ist halt nicht so. Nur das dauert immer ein bisschen bei mir, bis das angekommen ist. Ach. Katastrophe. Und? Es ist mir gelungen. Oliver hat eben noch Stufe 34 erreicht. Nein. Ist mir natürlich nicht gelungen. Verdammt. So, Leute. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Und mir ist gerade was Perfektes eingefallen. Und zwar habe ich doch gesagt, dass ich doch versehentlich hier diesen Gegner hier... Also, was heißt versehentlich? Ich habe ihn ja bezirzt, ja? Weil ich nicht wusste, ob wir den schon haben oder nicht. Und wir haben ihn ja. Ne? Das habe ich euch ja schon erzählt. Jetzt habe ich aber doch. Weil dieser Gegner mich doch die ganze Zeit genervt hat, weil er Rauchbombe eingesetzt hat. Ja? Hat er mich ja genervt. So. Aber weil ich ihn ja habe und er diese Fähigkeit hat, Gegner erblinden zu lassen, dachte ich, ich tausche den jetzt mal kurz gegen Wichtel aus. Denn seine Rauchbombe wird ja nicht so viel Damage austeilen wie die von Felix, weil Felix sich auf Stufe 28 befindet und er auf Stufe 10. Haha. So. Dann hoffe ich doch, dass mir das jetzt gelingt. Ja, das war jetzt mal gerade. Das ist mir gerade eingefallen. Ich dachte so, was kann ich tun? Und ich wollte nämlich eigentlich hier zurückgehen und gerade mal hier in meinem Unterschlupf gucken, welche von meinen Monstern. Hier ist er doch. Hier ist er doch. Der ist... Ah ne, das ist er gar nicht. Ähm, wollte ich wissen, welche Monster, die ich gefangen habe, ob da irgendjemand die Fähigkeit Rauchbombe oder düstere Wolke beherrscht. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, wir haben doch ein Monster gefangen. Ja, ne? Und so kam ich auf die Idee. So, bin ja jetzt total stolz auf mich, dass ich das... Dass ich das jetzt, äh... Ja, ereinfachen konnte. So. Oder einfachen kann, weil es ist mir ja noch nicht gelungen. So, wo ist jetzt diese blöde Fledermaus? Jetzt finde ich die nicht. Ich sehe die nirgends. Geht mich schon gerade wieder auf den Keks. Jetzt dauert das vermutlich wieder Ewigkeiten, bis ich dir über den Weg laufe. Hier, mach, dass du verschwindest. Ganz genau. Wenn ich du wäre, würde ich auch abhauen. Moment. Ne, das ist aber keine Fledermaus hier. Nee. Du bist das andere Vieh. Naja, Vieh nicht. Ich möchte dich nicht als Vieh betiteln, denn ich hab dich ja aktuell gerade mit mir. Weil du ja die tolle Rauchbombefähigkeit beherrschst. So, ich laufe jetzt einfach mal auf gut Glück hier durch. Und guck mal, ob hier irgendwo eine Fledermaus ist. Was bist du für ein Gegner? So, das werden wir jetzt gleich sehen. Es ist eine Fledermaus. Es ist eine Fledermaus gewesen. Ich spreche ab. So, genau. Dann wollen wir mal die Rauchbombe hier einsetzen. So, und die Rauchbombe geht noch auf alle. Ja, Fehlschlag. Na, ganz toll. Hau mal ab. So, wir müssen das nämlich gleich nochmal probieren mit der Rauchbombe. Hä? Eine Rauchbombe verwirrt alle Gegner und verringert deren Flinkheit. Ist das dein Ernst? Das ist gar nicht erblinden lassen. Okay. Felix, ich muss nochmal zu dir rüber. Dann muss ich doch mir nochmal ein anderes Monster suchen. Rauchbombe. Ich bin davon ausgegangen. Ja, das ist aber nicht richtig, Nanaki. Na, super. Ich drücke hier schon wieder komische Sachen. Oliver? Ja. Achso, ja, natürlich, weil Kratzer halt Level 10 ist. So, Moment. Felix muss rein. So, düstere Wolke. Dann wollen wir mal hoffen, dass mir das jetzt gelingt. Es ist mir natürlich nicht gelungen. Erflixt. Komm, greif ganz normal an. Ist egal. Ne, dann muss ich nochmal zurück. Und muss mal nachschauen, ob irgendwelche Monster, die ich bisher gefangen habe, ob die irgendwelche Abilities haben, um jemanden erblinden zu lassen. Na, ganz toll. Und ich bin davon ausgegangen, dass es funktioniert. Wieso ist er denn gestorben? Ja, okay, dann werden wir halt noch übernachten gehen. Dann gar kein Thema. So, hat sich hier noch irgendwas getan? Oh, sehr schön. So, Spross hat Stufe 34 erreicht. Bereit zur Evolution, aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Felix hat Stufe 29 erreicht und der gute Günther Stufe 25. So, schnell nochmal ins Dorf rein. Und dann schauen wir uns noch zusammen Spross an. Schauen wir uns noch zusammen Spross an. So, Moment. Das ist falsch. Spross. Hier könnte ich ja... So, den Sonnen... Riesensonnentropfen, ne? Füttern. Ich gehe jetzt mal auf Ja. Erlernbare Tricks sind keine mehr da. So, und hier muss ich mich dann jetzt auch wieder entscheiden, ne? So, Zapfenstreich, Wasserwall und die anderen zwei bleiben erstmal unerforscht. Aufwind und Wasserkanone. So, das hier... Angriff. Hier hätte er drei Angriffe und eine Heilung. Und das sind dann zwei, zwei. Hm. Schwer. Zapfenstreich. 48. 48. Das wird dann vermutlich gleich bleiben. Ich entscheide mich hierfür. Du wirst jetzt zu Blumentropf. So, Spross zu einem Blumentropf werden lassen. Und du bist... Ein Früchtchen. Ah, ne. Komm, ich entscheide mich dafür. So, bitteschön. Bereit zur Evolution? Ja. Okay. 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 Spross hat sich in einen Blumentropf verwandelt. Na, sehr schön. Hier. Ja. Dann bekommst du auch noch was zu essen. Bitteschön. Zack. Karfunkeleis. Oh, oh, oh. Ja. Vertrautheit von Spross steigt auf zwei. Das ist doch scholl. Toll. Du kannst die Fähigkeiten von Spross jetzt bis zu 50 mal steigern. So, die Flinkheit steigt ebenfalls. Und drei. Ja, das ist doch schön, ne? Die Feenschokolade. Bitteschön. Da steigt der normale Angriff. Auch das ist sehr schön. Ah, Moment. Wir haben hier noch die Schokoladenkonflikte. Ich dachte, das wären die Trüffel. Ähm, Angriff. Uh. Komm, das gebe ich dir auch. Bitte. Zack, zack, zack. Sehr schön. So, lassen wir jetzt mal. Hast jetzt vorerst mal genug gegessen. So, ich muss hier, ähm, austauschen. Moment. So, du. Ne, stopp. Viereck ist das gewesen. Und so hin. Alles klar. Dann. Hallo, hallo, hallo. Schlupfloch. Vertraute abgeben. Das ist einmal dieser Kollege hier. Ja, von mir aus. So, Vertrauten abholen. So, ich hätte dich ja eigentlich jetzt direkt freilassen können, ne? So, dann muss ich mal gucken. Dunkler Fluch. Bauchklatscher. Schmetterschlag. Schutzschild. Nickerchen. Die Rauchbombe. Hahaha. Stumpfe schneiden. Tolle Rolle. Schutzschild. Kriegsschrei. Sabotage. Ich hab nichts. Oder? Felsfinger. Erleuchtung. Unheilige Umarmung. Kann ich sehen, was die unheilige Umarmung ist? So, Moment. Stopp. Ich möchte auch noch hier den mitnehmen. Einfach nur, um zu gucken. Der dunkle Fluch ist das gewesen. Genau. Ich glaub, da verfluche ich den Gegner nur. Aber ich möchte das trotzdem überprüfen, weil ich dachte ja auch, dass die Rauchbombe mich erblinden lässt. Nickerchen. Sonst hab ich nichts, ne? Das macht mich echt traurig. So, okay. Gut, dann muss ich jetzt erstmal nachschauen hier. Falsche Taste. Auch das ist die falsche Taste. So, unheilige Umarmung. Nee? Wie mach ich das? So. Man wünscht einem Feind nichts Gutes und belegt diesen mit einer zufälligen Statusveränderung. Aber sie ist zufällig. Unter anderem auch blind. Also, du kommst mit ins Boot. So, und dunkler Fluch gehe ich doch stark davon aus. Ein teuflisches Heulen halt über das Schlachtfeld und verflucht einen einzelnen Gegner. Ja, das ist nicht das, was wir wollen. So, dann komm du jetzt mal nach vorne. Du tauschst mit Felix die Plätze. Oh, wenn der angegriffen wird, dann haben wir aber auch keinen Spaß. Ähm, gut. Ich übernachte jetzt eben mal schnell und nehm euch gleich dann nochmal mit hinzu. Bis mir das gelungen ist. Ich hab dich. Ja! Ich hab dich. So, faules Ei. Oh, ich hab zwei. Okay, den einen werde ich mit... Ich werde den einen mit Felix versuchen. Felix, raus. Düstere Wolke. Ja, alles klar. Felix, angreifen. Komm, greif an, Felix. Ja, ich hab ihn. Alles klar. So, Moment. Wie mache ich das hier nochmal? Ähm, Taktik. So, jetzt dürft ihr alle wieder eingreifen. So, voller Einsatz. Voller Einsatz. So. Und... Luffy rein. Sehr schön. Es ist mir gelungen. Gott sei Dank. Luffy, das hast du dir verdient. Nimm das mit. Die goldene Gelegenheit. Heinrad brauchen wir nicht. Zu bezirzen haben wir bereits. So. Setz dem Ganzen hier ein Ende. Gott sei Dank. Und weh, die Belohnung ist nicht mega geil. Denn ich weiß nicht mehr, was die Belohnung gewesen ist. Aber... Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Oh, oh, oh. Das faule Ei. Die Narrenbritsche. Ich hab sie, die letzte. Sternentropfen. Sehr schön. Faules Ei. Stufe 5 erreicht. Spross Stufe 5 erreicht. Du hast die Bedingungen der Aufgabe Narrentheater erfüllt. Ja. Wurde dir auch Zeit. Wurde dir auch Zeit. Ey, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Schnell, ich muss zurück. Und vor allen Dingen muss ich dann Wichtel nochmal austauschen gegen faules Ei. Ich fühl mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich den ausgetauscht hab. Er fühlt sich bestimmt betrogen und hintergangen von mir. So. Vertrauten abgeben. Achso, ja. Dich möchte ich abgeben. Und dich möchte ich abgeben. Wunderbar. So. Dann wollen wir doch hoch. Geh nochmal. Nein. Wechseln. Achso. Ich bin im falschen Menü, glaube ich. Ja. So. Bitteschön. Dann bist du hier wieder mit dabei. Gott sei Dank. So. Wo war denn jetzt dieser blöde, blöde, blöde Auftrag? Guck. Ah. Irgendwas konnte ich von dir holen? Moment. Ich schau mal gerade in meiner Viole. Glaube, oh der Enthusiasmus. Aber davon hab ich noch. Ähm. Ich spreche mal mit dem, weil ich es nämlich nicht mehr weiß. Das hier ist nicht der Auftraggeber gewesen. Das war so ein kleiner da hinten irgendwo in der Ecke. Da. Der ist es. Ah ja. Hier. Ist ja auch der Punkt. Sie haben die nach den Brötchen mitgebracht, Herr Fee. Hast du? Du kleiner Schatz, du. Verdammt. Danke, Mann. Gern geschehen. Fährt dir die bloß nicht wieder. Ja. Bitte verliess sie nicht. Ach stimmt. Der hat die von einem Kumpel geliehen, ne? Also eigentlich geklaut, weil er hat seinen Kumpel nicht gefragt. Er hat sie einfach genommen. Oh Mann ja. Die guten alten Narrenbrötchen. Ich find die Dinger so super. Erinnert einen an all die Witzklassiker von früher, oder? Hey. Dir geb ich gleich. Hey, du Volldepp. Nimm das, du Penner. Bam. Und das. Bumm. Und das. Peng. Grrr. Okay, langsam machst du mir Angst. Haha. Ich bin mir sicher, dass du viele Leute zum Lachen bringen wirst. Viel Erfolg bei deiner Komikerkarriere. Ich sollte dir jetzt ne Belohnung geben, richtig? Mein Autogramm reicht locker aus, oder? Äh. Nee. Haha. Nicht dein Ernst. Äh. Nein. Dankeschön. Oh. Gierig, oder? Soll es noch eine kleine persönliche Widmung dazu sein? Nein. Wir brauchen nichts extra. Oliver, wieso lügst du? Olli, jetzt sagen sie gar nichts mehr. Na gut, na gut. Schau mich nicht so an. Hier. Oh. Uh. Triadenspeer. Spricht man das so aus? 700 Gulden? Ja, die sind mir eigentlich noch ziemlich egal. Nur drei Stempel. Nur drei Stempel. Das ist ein bisschen wenig. Ich hätte mir mehr Stempel erhofft. Okay, Moment. Möchtest du diesen Speer haben? Okay, den Blitzspeer. Warum hast du denn den Soldatenspeer? Wer hat denn den Blitzspeer? Wer hat denn den Blitzspeer? Das würde ich ja mal gern wissen. Du hast den Blitzspeer? Warum hast du denn den Blitzspeer? Warum hast du denn nicht den Soldatenschwert? Moment, kann ich doch hier auf Entfernen klicken? Soldatenschwert. Ja, was ist denn mit dem anderen Speer jetzt hier? Gut, dann bekommst du den. Hier ist er doch. Aber der ist wohl nicht so prickelnd. Regeneriert Lebenspunkte, wenn der Gegner verletzt wird. Uh. Das ist nicht schlecht. Ein langer Speer aus dem Ast eines Geisterbaums geschnitzt. Er soll auch dessen Macht in sich bergen. Okay. Regeneriert die Lebenspunkte. Okay, Moment. Dann möchte ich dir doch dann diesen Speer geben. 56, 76. Ja, ist okay. Dann nimm du den. Okay, und 700 Gulden. Alles klar. So, ähm. Ich würde dann sagen. Ich würde dann sagen. Wir machen. Wir machen. Wir machen in die Hose. Ähm. Nee. Machen wir natürlich nicht. Ich muss jetzt mal überlegen. Ich würde eigentlich gern noch, wenn ich ganz ehrlich bin, noch ein paar Missionen abschließen, bevor ich mit der Story weitermache. Ähm. Gib seinen Mut zurück und mache ihn wieder. Einen echten Soldaten aus ihm. Der verzagte Veteran. Ein erfahrener Soldat in Katzburg kann auf einmal den Mut nicht mehr aufbringen, Monster zu bekämpfen. Habe ich Mut? Ich glaube, ja. Nein. Haha. Ich habe nur Glaube. Haha. Ich glaube, ja. Wir haben keinen Mut. Dann müssen wir erst mal gucken, wo wir Mut herbekommen. Ähm. Der scharfe Scheich. Also diese Missione. Geht man auch ein bisschen auf den Keks. Alkuweit scharfer Scheich. Leidet. Leidet. Leidet an extremen Enthusiasmusmangel. Stelle seinen Enthusiasmus wieder her und höre ihm dann zu. Alkuweit. Okay. Das können wir machen. Reisen. Alkuweit. Dann wollen wir mal. Okay. Hier sind wir. Wunderbar. Hallo. Du hast da was für mich? Ah. Es ist so heiß. So glühend heiß. Eje. Sie schwitzen aber ganz schön. In der Tat. Egal wie lange ich leben werde. Ich werde mich nie an diese höllische Hitze gewöhnen. Es muss wirklich hart sein, jeden Tag wache zu stehen. So wie sie. Natürlich ist es das. Es gibt viele, die die Schwierigkeiten arbeitsbedingend nicht ertragen können. Haben sie nie daran gedacht zu kündigen? Haha. Niemals. Ich bin stolz darauf, meinem Land zu dienen und den Frieden unseres großartigen Reiches zu schützen. Olli. Kein normaler Mensch könnte so in der Sonne schmoren und nicht total durchschnappen. Du hast recht. Er muss eine Menge Zurückhaltung haben. Wie? Äh. Ich störe sie nur ungern, aber ich wollte sie etwas fragen. Natürlich. Stimmt etwas nicht? Nun, es gibt Leute, die ihre Zurückhaltung verloren haben und ich hatte gehofft, wir könnten etwas von ihrer borgen, um ihnen zu helfen. Seine Worte verwirren mich, aber wenn ich denen helfen kann, die in Not sind, bin ich gerne dazu bereit. Vielen herzlichen Dank. So, Herz empfangen. Ich würde gerne mal wissen, ob auch jemand sagt, nein, ich habe keinen Bock, irgendjemandem zu helfen. Ich möchte meine, keine Ahnung, meinen Mut behalten oder so. Die Macht der Versuchung zu widerstehen. Du hast Zurückhaltung erhalten. Wunderbar. Dieses Gefühl ist faszinierend und mir ist nicht mehr so warm. Unglaublich. Wegen deiner Zurückhaltung ist sie deswegen nicht mehr so warm. So, mal schauen. Ach, die Tauben. Da bekomme ich doch wieder Flashbacks, wenn ich die so sehe. Ähm. Alles noch im grünen Bereich. Al-Q-White. Hier hatten wir keine Kiste. Nee, habe ich mir zumindest mal hier nichts aufgeschrieben. Also wird hier auch nichts sein. Ähm. Ich gehe mal kurz hier rein, um nachzuschauen, ob ich mir hier alle Waffen gekauft habe. So. Kaufen. So, wie sieht es aus? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist perfekt. Wunderbar. Machen Sie es gut. So, hier ist aber auch sonst niemand im Laden, der sich hier aufhält. Das ist halt auch der Grund, warum ich in die ganzen Geschäfte gehe. Nö. Ist mir ja schon mal passiert. So, hallo. Oh. Ich kann einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Habe ich sie auf ewig verloren? Was ist los? Sie scheinen Kummer zu haben. Es ist meine Geliebte. Ich werde das quälende Gefühl nicht los, dass sie ihr Herz einem anderen geschenkt hat. Wie? Du meinst, die hintergeht dich? Hast du Beweise oder so? Nein. Ich habe keine Beweise. Sie lebt weit weg von hier. In meiner Heimat. Wir treffen uns nur selten. Aber wenn es keine Beweise gibt, wieso zweifelst du dann an ihr? Ist nicht sehr nett, oder? Aber sie ist doch so schön. Ihre Augen leuchten wie die Sterne am Firmament. Ich weiß einfach, dass andere Verehrer in Scharen an ihrer Tür klopfen. Oh, ich mache mir solche Sorgen. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich gehe. Es geht ihm gar nicht gut. Wenn er nur lernen könnte, ihr zu vertrauen. Das ist ja genau das, wozu er nicht fähig ist, Olli. Er hat ein gebrochenes Herz, Mann. Der leidet Höllenqualen, weil ihm der Glaube fehlt. Wir können den armen Kerl nicht sein Schicksal überlassen. Wir müssen ihm helfen, klar? Alles klar, das machen wir. Stelle seinen Glauben wieder her. Das ist doch gar kein Thema. Das wäre gebongt. Besorgen wir dem Jungen ein Stück Herz, um seinen Glauben an seine Geliebte zu stärken. Alles klar, ich bin bereit. So. Komm schon, Tröpfchen. Ich werde Herz schenken wirken, um dem Jungen etwas Glauben zu geben. So. Herz schenken. So. Dann hätten wir das nämlich auch schon erledigt. Wunderbar. Hier ist dein Glaube. Bitte. So. Vertraust du ihr jetzt? Ich mache mir gar keine Sorgen mehr. Wollte ich nur an meiner Geliebten zweifeln. Ich war solch ein Narr. Das warste, mein Freund. Und was für einer. Dieses ganze wehleidige Gejammere bringt dich nicht weiter. Du hast recht. Dank euch habe ich den Glauben an meine treieste, wunderschöne Geliebte wieder. Ich muss euch etwas geben, um euch zu danken. Hier. Wird das reichen? Du erhältst folgende Belohnungen. Drei Portionen Frostpudding und 750 Gulden. Hier bekommen wir sogar mehr Geld als von dem anderen Typen. Als wir die drei Fledermäuse besiegen mussten. Und auch hier gibt es drei Stempel. Ja. Du erhältst drei Verdienststempel. Wunderbar. Das hätten wir geschafft. Jetzt muss ich hier aber nochmal kurz hier rein. Der scharfe Scheich. Alkuwalt Schaffer Scheich leidet an extremen Enthusiasmusmangel. Bist du das? Ah, ja. Er ist es. So. Herr Schenken. Enthusiasmus. So. Bitteschön. Moment. Ich hatte mir doch aufgeschrieben. Moment. Irgendjemand. Ich habe doch hier meinen Zettel eben in der Hand gehabt. Irgendjemand hatte Mut. Das habe ich mir nämlich mutiert. Ach, mutiert. Genau. Mutiert habe ich mir das. Natürlich habe ich mir das mutiert. Allerdings weiß ich jetzt. Ah, doch. Hier ist mein Zettel. So. Und zwar zweimal Mut. Und Güte bekomme ich ein Yeti. Wieder. Genau. Zweimal Mut benötige ich. Und Glaube bekomme ich ein Yeti. So hatte ich mir das auch geschrieben. Ah, jetzt habe ich das weggedrückt und das nicht vorgelesen. Entschuldigt bitte. Und mehr als je zuvor in meinem Leben verspüre ich den unwiderstehlichen Drang, Gewürze zu mischen. Prima. Wir haben es geschafft, Tröpfchen. Muss der mir, oder ist das nicht der, der mir vielleicht irgendwelche Gewürze geben könnte oder sollte, damit ich diese andere Mission abschließen kann? Ich glaube, das ist der Typ bei der Currybude da. Schicke Arbeit, Olli. Ich verstehe das nicht. Habe ich euch das zu verdanken? Dann stehe ich in eurer Schuld. Ich muss euch belohnen. Hier, bitte, nehmt das als Dank an. Du erhältst folgende Belohnungen. Zwei Sandwiches und 100 Gulden. Und auch weitere Stempel gibt es dann jetzt hier auf meiner Stempelkarte. Super. Und wir bekommen noch einen weiteren als Bonus. Und wenn ihr irgendwelche Würzwünsche habt, wäre es mir eine Ehre, sie anzuhören. Ich will nur noch meinen wundervollen Misch... Was? Meinen wundervollen Misch mit hier nachgehen. Okay. Das haben wir tatsächlich. Könnten sie uns ein bisschen von ihrer Spezialität mischen? Der Würze des Lebens? M-meine Würze des Lebens? Wer hat euch davon erzählt? Ruhig, Blut! Der Typ mit der Currybude hat uns drum gebeten. Er braucht Zutaten für seinen... Ticker Mahala. Nun gut, wenn das alles ist, wofür ihr sie braucht, komme ich eurer Bitte mit Freunden entgegen. Oder nach. Aber ich habe nicht alle nötigen Zutaten. Ihr müsst mir die fehlenden besorgen. Sicher. Was brauchen Sie denn, Herr Scheich? Für so eine starke Mischung brauche ich eine Gelbwurzel und drei großzügige Briesen scharfe Samen. Briesen scharfe Samen. Oh. Okay. Alles klar. Vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Nicht der Rede wert, mein Junge. Es ist mir ein Vergnügen. Kommt wieder her, wenn ihr die benötigten Zutaten gefunden habt. Na ganz toll, ich spreche ihn jetzt einfach mal an, weil ich hoffe, dass wir die haben. Muss ich es euch noch einmal sagen? Für meine Würze des Lebens brauche ich eine Gelbwurzel. Notiere ich mir. Gelbwurzel. Und drei scharfe Samen. Alles klar. Gut. Danke. Gelbwurzel kann bei einer Bestie gefunden werden, die Knollkopf heißt. Alles klar. Knollkopf ist notiert. Die Vorfälter sind dir holl, Junge. Dieser gefährliche Gegner wurde vor kurzem unweit von hier gesichtet. Besuche den Auftragsexpress, um mehr zu erfahren. Aha. Monsterjagd, ich verstehe. Scharfe Samen findet man nur in besonders heißen Böden. Zum Beispiel in jenen eines großen Vulkans. Aha. Na dann. So, jetzt muss ich aber nochmal hier in mein Tagebuch rein. Oh, wir haben aber schon einiges beendet. Monstermeave. In den Herbst landen. Ist noch offen. Nichts für ungut. Wasserschaden. Was? Sind das die einzigen drei? Ach, das sind die Monsterjagden. Ich bin jetzt gerade schon total stolz gewesen und so. Okay, hier haben wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay. Na dann, ich möchte trotzdem erstmal hier noch entlang. Ähm, mit dem habe ich gesprochen. Mit dem Typen aus der Kiribude brauche ich nichts zu sprechen. Ich würde gerne noch einmal hier mit ihm sprechen. Vielleicht erzählt er uns ja noch was Neues. Ja, den gibt es bestimmt. Ach ja, dein Tagebuch, ne? Ist das gewesen? Moment mal. Haha. Von dem bekomme ich was? Oder kann ich was bekommen? Na, vielleicht habe ich es dieses Mal etwas übertrieben. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Junge. Mach dir keine Sorgen um mich. Jetzt muss ich aber wieder an meine Arbeit. Was? Sie wollen zurück an die Arbeit? Obwohl sie verletzt sind? Das geht nicht. Könnte das vielleicht Mut sein? Versuche nicht, mich aufzuhalten. Die Bestie muss besiegt werden. Hä? Welche Bestie? Von was faselt es da, Mann? Ich rede von einer grässlichen Kreatur von gewaltigen Ausmaßen, die sich am Fuße des Vulkans westlich von hier niedergelassen hat. Sie hat einen meiner Truppkameraden schwer verwundet. Ich kann nicht zulassen, dass sie noch mehr Unheil anrichtet. Sie muss vertrieben werden. Koste es, was es wolle. Deswegen bist du stinksauer. Dann verstehe ich das. Ich kann nicht glauben, dass sie mit so einer Verletzung zurückgehen und weiterkämpfen wollen. Es ist so gefährlich. Haben sie denn keine Angst? Hm. Ich bin schon viele Jahre alt, mein Junge. Aber Angst hat mich noch nie geplagt. Verflixt! Hör mal! Dein Mut ist ja echt beeindruckend. Und so. Aber du musst dich auch mal ausruhen. Keine Zeit zum Ausruhen. Wenn die Bestie nicht bald besiegt ist, dann... Ach, zum Kuckuckverein! Hol dir noch einen Trachtprügel! Olli, benutze Herzempfang, bevor er wieder wegrennt, um sich verhauen zu lassen. Wie? Oh, sicher. Jawohl, Herzempfang. Sehr schön. So, dann habe ich schon mal einmal Mut. Jetzt habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ich zweimal Mut brauche, aber nicht für wen. Das ist ja auch richtig super. Du hast Mut erhalten. Perfekt. Hm? Was ist das? Ich fühle mich beruhigt. Vielleicht habe ich mich übernommen. Ich kann diesen Gegner nicht alleine gegenüber treten. Ja, ich muss den Auftragsexpress bieten, einen Monsterjäger ausfindig zu machen, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Das sind natürlich wir. Gut, okay. Dann möchten zwei Stück zum Express. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal dorthin. Denn ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir da jetzt neue Monsterjagden haben. Denn der andere hat ja auch von einem Monster gesprochen. Ähm. Von dem ich diese... Na? Wie heißt denn? Gelbwurzel bekomme. Die sagt Knollkopf. Ah, hier. Moment. Hier sind wir doch. Hier sind wir doch. So, dann schaue ich mal nach, wie es hier aussieht. Okay. Es gibt Berichte, dass ein Landangestellter in Schweinforp ständig von seinem Arbeitgeber gerüffelt wird. Rede mit dem Angestellten und seinem Chef. Offenbar hindert eine Wache in Schweinforp alle daran, den Ort zu verlassen oder zu betreten. Finde heraus, was mit der Wache nicht stimmt. Ein Forscher in Schweinforp scheint sehr niedergeschlagen zu sein. Finde heraus, was mit dem Forscher nicht stimmt. Ja, irgendwie stimmt mit denen komplett was nicht, die in Schweinforp sind. Zwei Brüder aus Laguna scheinen ziemlich... Ziemlichen Krach zu haben. Finde heraus, worüber die Brüder sich streiten. Im Goldhain herrscht wieder Friede und auch die Feen sind zurück, aber etwas trübt die Stimmung. Finde heraus, warum die Fee sich Sorgen macht. Wo in Goldhain? Das schreibe ich mir auf, da möchte ich auch gerne hin. Das interessiert mich. Goldhain, da gehen wir als nächstes hin. Einem Forscher in Schweinforp fehlt eine wichtige Zutat und er scheint dringend Hilfe zu benötigen. Gehe zu dem fraglichen Forscher und rede mit ihm. Alles klar, auch das dürfte kein Problem sein. So. Ach, das war's schon. Okay, wie sieht's mit Monsterjagden aus? Ah, ich glaub, da muss ich ihn nochmal ansprechen, ne? So ist das gewesen. So, ja, das Wetter ist heiß. Monsterjagden. Okay. Eine wertvolle Wurzel. Genau, die Gelbwurzel ist das. Im Hochland südlich des Goldhains Sommerland. Ein Knollkopf ist südlich des Goldhains erschienen. Die Wurzeln dieser Kreatur erzielen immer einen guten Preis. Der heiße Riese in den brennenden Bergen Sommerland. Ein riesiges, heißblütiges Monster ist am Fuße der Qualmhöhe erschienen. Mach es kalt, aber verbrenn dir nicht die Finger. Edelstahlrüstung. 1.500 Gulden und zwei, vier, sechs Stempel. Auf jeden Fall annehmen. Ah, hab ich die andere nicht angenommen. Ne, ich hab sie nur gelesen. Nehmen wir natürlich auch an. Okay, weil wir... Ja, alles klar, hab ich verstanden. Weil wir aber doch jetzt in der Nähe sind von der Qualmhöhe, gehen wir erst dorthin. Oh, hier glänzt was. Hier gibt's, glaub ich, Gulden zum Mitnehmen. 15 Stück. Ähm. Moment. Verliere hier immer die Orientierung. Wir werden uns mal das Monster anschauen. Und danach geht's nach... Da geht es dann nach... Goldhain. Genau. Das hab ich euch alles mitgeteilt. Was hier auf meinem Zettelchen steht. So, da hinten haben wir ein Monster. Oder was ähnliches. Und da. Hier wird das andere Monster sein. Gut, da kann ich mich ja aber hinbringen lassen. Moment. Funktioniert das jetzt? Moment, ich muss das mal ausprobieren. So, stopp. So hinreisen. Katzbuckel. Palmhöhe. So, ich lass mich... Ach Gott, da kann ich mir ja echt jeden Meter sparen. So, nehmen wir mit. Ist das da vorne, das Monster? Du hältst einen scharfen Samen. Ich brauche scharfe Samen. Die gab's hier vorher nicht. Neue Monster? Nee. Oder? Nee, die kennen wir doch. So. Auerblümchen. Auch die kennen wir. So, jetzt sag nicht. Das sind auch nochmal scharfe Samen. Doch. Du hältst einen scharfen Samen. Moment. Da müssten hier noch welche sein. Da hinten vielleicht. Moment, ich komme gleich zu dir. Aber du machst mir auch nichts, bis ich dich anspreche und das bestätige, dass ich gegen dich kämpfen möchte. Komm. Oh, natürlich willst du gegen mich kämpfen. Aber das ist auch okay, weil du bist der Einzige, der mir noch fehlt. Den ich beziehen muss, ne? Das habe ich nämlich nicht vergessen. Wischel, ran an den Mann. So, Zweihorn. Gut. Fürs Bezierzen hat's nicht gereicht. Ah, ich muss das nochmal ändern. Ich muss Felix da rausholen. Ich muss Felix da wegholen. Ja. 29 Gulden. Spross hat Stufe 6 erreicht. Moment. So. Das wechseln wir nochmal. In Ordnung. So, bitte sind das scharfe Samen. Ja. Sehr schön. Dann habe ich alle drei. Perfekt. Und wenn ich den besiege, dann bekomme ich die Gelbwurzel. Dann habe ich alle Zutaten und kann an die Currybude gehen. Den Feueroger angreifen. Dann kümmern wir uns mal um den Feueroger. Bam, bam. Okay. Alles klar. Ah, Wichtel. Den Giftkniff. Ähm. Feuersturm. Boss, komm, ich hole dich jetzt einfach mal mit hinzu. Ich bin einfach mal so mutig. Und wenn er jetzt gleich auf uns zukommt, dann wechsle ich dich umgehend aus. Ähm. Nochmal die Wasserbombe. Ja, teilt aber auch nicht so viel aus, weil ich brauche es halt noch. Ich habe doch rechtzeitig gewechselt. Ja, gut. Wichtel bekommt es ab. Dann ist ja in Ordnung. So. Angreifen. Komm, Wichtel. 22. 22. Sehr gut über einige. Sven, nein. Okay. Oh, Felix ist dran. Aufhören. Oh, verdammt. Ich wollte gerade weggehen. Moment. Oliver. Zaubern. Lindernde Hand. Oh, oh. Ich glaube, der kriegt es jetzt voll ab. Okay. Nochmal zaubern. Feuerball. Eis ist kälte. Was hält der denn davon? 61. Okay. Nochmal. Eis ist kälte. Sehr schön. Möchtest du nochmal über einige mit reinnehmen? Ah. Zack. Daneben. Zauber. Eis ist kälte. Oh, Mann. Ja, über Enneke. Das machst du schön. So. Nochmal. Eis ist kälte. Perfekt. Über Enneke. Ich glaube, hat kein MP mehr. Oh, oh. Jet, kann ich auch springen hier? Zauber. Eis ist kälte. Bam. Mich voll erwischt. Okay. Zauber. Eis ist kälte. Jawohl. Dankeschön. Das ist der Plitsch-Platsch-Angriff gewesen. Sehr schön. Huh. Ja. Gott sei Dank. Ah, der hat aber gut ausgeteilt. Aber egal. Gib mir jetzt meine Gelbwurzel. So, 275 Gulden. Spross hat Stufe 7 erreicht. Monsterjagd abgeschlossen. Melde dich beim Auftragsexpress, um deine Belohnung zu erhalten. Ach so, dann bekomme ich dir vom Auftragsexpress die Belohnung. Ähm. Ja, Moment. Ich kann ja reisen. Haha. Alkobalt. Bitte. Na, da sind wir doch. So, erstmal. Bekam ich von dem überhaupt die Gelbe? Ich habe mir die Belohnung gar nicht angeschaut. Oder durchgelesen vielmehr, als ich die Monsterjagd angenommen habe. Aber gut, wir werden es jetzt sehen. Ähm. Monsterjagd. Ist erfolgt. Belohnung abholen? Nee. Prämie einfordern. Ich verwechsel das immer. Nee, die Edelstahlrüstung bekommen wir dafür. Und 1500 Gulden. So, und natürlich die 6 Stempel. So. Sehr schön. Ähm. Der hat doch nicht die Gelbwurzel gedroppt, oder? Das hätte ich doch vorgelesen. Okay, muss ich noch einmal sagen. Für meine Würze des Lebens brauche ich eine Gelbwurzel. Gelbwurzel kann bei einer Bessie gefunden werden, die Knollkopf heißt. Ja, der hieß aber ja nicht Knollkopf. Der hieß ja gar nicht Knollkopf, ne? Ja. Ja. Hab mir doch extra noch den Gegnernamen aufgeschrieben. Oh, wie doof. Stimmt. Nur die scharfe Samen, die hat es dort gegeben. So, zack. Und dann fallen hier erstmal die ganzen Bananen darunter. Ähm. Ja, ich würde aber auch noch gerne hier oben hin. Deshalb werden wir mal reisen. Ist das Katzbuckel? Das ist aber doch nicht Katzbuckel da oben. Karte aufrufen. Ja, nee. Das ist nicht so ganz richtig. Nee. Wir sind ein bisschen zu weit. Alkowite. Ich muss da hinten in die Ecke. Was? Hier? Nee, das ist der finstere Wald. Qualmhöhe. Goldheim. Ist das? Hier. Oh, ich glaube, hier wollte ich hin. Moment, ich sehe das gleich. Nein. Hier wollte ich nicht hin. Auf die andere Seite muss ich, glaube ich. Aber die heißt nicht Goldheim. Okay, gut. So, Goldheim ist hier. Ich muss aber auf die andere Seite. Alkowite ist es nicht. Hat der Gräber auch nicht. Hm. Nein. Finsterer Wald. Gehenforst. Laguna. Tempel der Prüfungen. Nein. Das ist nicht hier. Hier hat ja das Spiel angefangen. Hier muss ich aber nicht hin. Kann ich da hinten jetzt einfach auf mein Schiff und dann von da aus weiter? Ich wette, die hauen jetzt auch alle ab. Den einen oder den anderen kann ich doch bestimmt auch bezirzen, oder? Denke ich einfach mal. Hier, die Schlange hier. Die erinnert mich so ein bisschen an Blue Dragon. Da gab es ja auch so eine Schlange. Die Kackschlangen. So hießen sie. So hießen die. Ach Gott, das waren Zeiten. So, haut mal alle ab. Ich muss mal auf mein Schiff. Ich muss da mal kurz hin. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme dort dann schneller hin, wo ich eigentlich hin möchte. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Äh. Ne, ich glaube nicht. Kann ich auch hier reisen? Funktioniert das? Dann muss ich mich doch noch mal nach Alku weit bringen lassen. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Gut, da müssen wir eben zu Fuß entlang. So, die werden jetzt erst mal alle abhauen. Hoffe ich doch, dass die alle weglaufen. Ich muss nämlich nicht unbedingt gegen euch alle kämpfen. Das muss nicht sein. Ist das da oben der? Ich muss da oben hin. Das ist doch der Goldhain. Nur auf der anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht, was kürzer gewesen wäre, wenn ich jetzt wirklich da reingelaufen wäre. Oder ob ich jetzt von Alku weit dann jetzt dort hochgehe. Das ist eine gute Frage. Next time. Das hier sind die Dickschädel, ne? Naja, wir sind ja schon fast da. Ich würde auch mal später noch irgendwann mal hier hoch. Da oben. Aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Da ist nämlich eine Sackgasse gewesen. Da bin ich doch damals rein, ne? Ja. Und hier ist doch der Goldhain. Südlicher Goldhain, genau. Aber ich würde auf der anderen Seite. Einfach hingebracht. Hallo. Na, du bist ja mal ein interessanter Gegner hier. So, Moment. Wir müssen uns erst mal hier heilen. Moment, ich habe doch Sandwich. Moment. Wir haben hier doch Sandwich. Moment, ich muss das hier mal sortieren. Das sieht ja grausam aus. So, bitte hoch. Das ist gar keine Absicht gewesen. So, hier bitte. So, und dann würde ich sagen, dann wollen wir mal, oder? So, du erhältst eine Mondmorschel. Ach, das ist der Knollkopf. Oh, den Knollkopf angreifen. Aber sowas von. Den müssen wir aber sowas von angreifen. Den Knollkopf. Ach Gott. Du siehst ja irgendwie schon ein bisschen goldig aus, ne? Und so unschuldig auch. Ähm, ich glaube, Feuer ist hier die Lösung. Aber das werden wir gleich sehen. Oh. Oh, das ging ja schnell. Ja, weil wir die Mission so spät erfüllen, ne? Deshalb ist der auch so einfach, denke ich, jetzt gewesen. Na, das ging ja flott. Aber immerhin. Mein Spross freut sich darüber. Gelbwurzel erhalten. Allerdings nur einmal. Spross hat Stufe 8 erreicht. Monsterjagd abgeschlossen. Das ist, das ist schön. Aber wenn wir jetzt in Goldhain sind. Hier gab es noch eine Mission, die mich interessiert hat. Die würde ich noch gerne erfüllen, bevor wir jetzt weitermachen. Oder bevor ich zurückgehe. Ach Gott, ich bin schon wieder eine Stunde am Aufnehmen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie schnell die Zeit hier vergeht. Ich habe heute Morgen mein Fazit-Video gemacht von, ähm, Seifenfilter 2. Und, ähm, ja. Ja, das hatte ich fertig erstellt und die Videos davor noch geschnitten. Also, das war echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Ah, stimmt. Und ich habe noch, äh, die Zahlen und das Logo schon mal richtig schön gemacht für mein nächstes Projekt. Also, ähm, ich habe echt eine Menge gemacht heute. So. Hier ist nichts. Ja, ich weiß. Ich sollte mit dir sprechen und so. Und das tue ich dann jetzt auch. Hola. Was? Aber wir haben uns doch gerade erst um den Wald gekümmert, Mann. Was? Was sagst du dazu? Hä? Was sagst du dazu? Mann, beruhig... Mann, beruhig dich, okay? Was? Tröpfchen, bist du das? Wann bist du denn zurückgekommen, Mann? Gerade eben, Mann. Olli hier. Hat den Fluch gebrochen, den Chardam hier verpasst hat. Was? Der kleine Menschling da. Wie sagen die Menschen noch mal? Manchmal trügt der Augenschein. Wie auch immer. Tröpfchen, ich bin froh, dass du hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Warum? Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Gar nichts, Mann. Der Wald ist es, jawohl. Der wird nämlich mächtig schikaniert. Wir hatten gerade mal fünf Minuten Ruhe. Da kamen diese doofen Radausauen. Die fressen uns die ganzen Pilze weg. Aber im Goldhain gibt es doch jede Menge Pilze. Ihr könntet denen doch ein paar davon abgeben. Was? Niemals, Mann. Die Monster sind unersättlich. Die verputzen jeden einzelnen Pilz im Wald, wenn wir sie nicht aufhalten. Hm. Kinklimmig übel. Was meinst du, Olli? Sollen wir helfen? Zwei, vier, sechs Stempel. Willige einen der besorgten Fehl zu helfen. Jawohl. Du übernimmst folgende Aufgabe. Abesauerei. Näheres steht im Tagebuch. Alles klar. Wir werden die Monster schon irgendwie los. Was? Schick. Äh, dir ist klar, dass die echt fies sind, oder? Keine Angst, Mann. Der Olli kriegt das hin. Er hat ja schließlich den großen Großführsten der Feen an seiner Seite. Tröpfchen, Mann. Du bist verdammt mutig, danke. Ich hab gehört, dass sich drei von den Radausauen im Wald rumtreiben. Wir zählen auf dich, Mann. Okay. Drei Stück? Der Wald ist auch, glaube ich, nicht so... Hier haben wir Spross damals her. Na? Bekomme ich... Ach, guck mal. Ich bekomme das sogar an der Karte eingeblendet, wo die sind. Okay. Das dürfte ja dann gar kein Thema sein. Darum kümmern wir uns. Ah, schaut mal. Ich stelle mich jetzt trotzdem mal hier hin. Da ist eine violette Kiste. Die ich mir nicht notiert habe. Warum steht hier das nirgends? Ah, doch. Hier steht's. Entschuldigt. Hier steht's. Allerdings habe ich hier hingeschrieben Waldhügelland. Aber das hier ist doch nicht Waldhügelland. Das hier ist doch der Goldhain. Hm. Ja, ja. Gut, meine Lieben. Ich werde jetzt an dieser Stelle mich erstmal hier regenerieren. Meine Lebenspunkte und Magiepunkte sind regeneriert. Und werde an dieser Stelle dann jetzt diese Folge beenden. Und wir werden in der nächsten Folge genau hier weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.